Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Vortrag über eGroupware, den Smart Online Office. Das ist der Slogan von eGroupware und zwar haben wir uns den so ausgedacht, weil erstmal Smart, wir verknüpfen intelligent Informationen innerhalb eGroupware. Das Ganze ist eine Web-Anwendung, ist also auf allen Plattformen nutzbar, Browser, Betriebssysteme, Mobilgeräte und es soll ein möglichst komplettes digitales Büro im Web-Browser werden. Das heißt also, alle Anwendungen, die man sonst auf dem Desktop benutzen würde fürs Office, wollen wir alle dort integrieren. Kurz zur eGroupware GmbH, die hinter dieser Software steht und auch die Community. Wir sitzen in Kaiserslautern, bieten die Software als SaaS-Lösung an oder auch für On-Premise-Installationen. Man kann die Software so betreiben, wo man will, letztendlich selber oder bei uns als Dienstleistung. Mail-Services bieten wir damit, bieten Kollaborer Online, Rocket Chat und so weiter als SaaS an. Wir sind Reseller für verschiedene Dinge, wie zum Beispiel Kollaborer Online-Lizenzen und so weiter. Wir haben Partnerschaften mit Placetail für Telefonie, für Videokonferenzen mit KiwiTalk zum Beispiel oder mit Univention und betreiben auf Univention-Server eGroupware bei Kunden. Es gibt die sogenannte Community Edition von eGroupware und es gibt noch eine weitere mit Business-Funktions-Erweiterungen und eben Support. Das nennt sich dann bei uns EPL-Version. Grundsätzlich leisten wir aber durchaus auch für Community-Installationen Support. Das ist einmal über ein Community-Forum, was ich hauptsächlich moderiere, wo auch die Entwickler mit unterwegs sind, wo wir freien Support bieten, aber eben auch, ich sag mal, gegen entsprechend Budget kann auch eine Community-Version und zum Beispiel in einem Unternehmen entsprechend supportet werden durch unsere Techniker. Wir machen Organisationsberatung, Migrationsunterstützung, aber auch Auftragsprogrammierung, Maskenfunktionen, was auch immer man so noch für Sonderwünsche hat an der Software. Gerne entwickeln wir aber auch in der Software Gegenauftrag, was dann in der Community-Version genauso zur Verfügung gestellt wird. Also viele, viele Funktionen und Möglichkeiten innerhalb eGroupware sind auf diesem Wege entstanden. Das heißt also, Unternehmen bezahlen für die Funktionen und wir geben sie dann für die Allgemeinheit frei. Ich selber bin bei der eGroupware GmbH als Community-Manager tätig, halte zum Beispiel so Vorträge wie heute hier. Man findet mich auf, ja, im Regelfall deutschen Open-Source-Veranstaltungen wie die Keylooks oder Chemnitzer Linux-Tage, Frostcon. Ja, schauen wir uns eGroupware mal ein bisschen genauer an. Ich habe mir heute als Thema vorgenommen, nachdem ich jetzt einige Vorträge gehalten habe über relativ spezifische Dinge, mal wieder so einen Rundumschlag zu machen und eGroupware mal so in Gänze vorzustellen. Das heißt also, wir gehen einmal komplett über das System, können natürlich in den einzelnen Bereichen nicht allzu sehr in die Tiefe gehen. Das reißen wir alles so ein bisschen an, aber ich möchte halt einen Gesamtüberblick mal wieder geben über den aktuellen Stand. Deswegen werden wir uns erstmal so ein paar Groupware-Standards angucken. Also Standard-Funktionalitäten von einer klassischen Groupware-Lösung. Dann schauen wir uns an, was die eGroupware halt an mehr Funktionen und mehr Modulen und mehr Dingen sind gegenüber einer Standard-Groupware. So ein paar Besonderheiten möchte ich herausstellen, die einfach erwähnenswert sind, die ich besonders gut finde oder die auch so Alleinstellungsmerkmale sind. Wenn wir mal kurz über die kommende Version sprechen, die wir in den nächsten Monaten veröffentlicht werden. Ich habe in den Folien eine ganze Menge Seiten auch über Infos, wie installiere ich das, wo hole ich Informationen her, wo finde ich noch Vorträge und so weiter. Das kommt ziemlich am Ende. Da müssen wir nicht alles durchgehen, die sind in den Folien drin. Und ich werde das so machen, wir werden im Anschluss an diesen Vortrag hier, werdet ihr mich finden in einem Jitzi-Raum. Die Adresse ist ganz einfach tux-tage.de und dann schrägstrich Fragen minus 23. Da könnt ihr mich dann nach dem Vortrag finden und da können wir alles besprechen, Fragen beantworten. Ich kann noch ein bisschen was live zeigen, wenn gewünscht ist. Da freue ich mich auf jeden, der da kommt und eine Frage hat. Die Folien selber hier, die ich präsentiere, die werde ich im Anschluss gerne auch in dem Jitzi-Raum, aber später auch noch ein bisschen aufgearbeitet, noch mal zur Verfügung stellen. Da kann man sich noch mal so ein bisschen durch die verlinkten Sachen klicken und vor allem die Screenshots noch mal ein bisschen besser sehen. Ich hoffe, die sind jetzt hier in einem Livestream halbwegs lesbar zu sehen. Schauen wir mal. Wie gesagt, die Folien gibt es und da kann man die Screenshots noch mal ordentlich sehen. Deswegen sollte das nicht so schlimm sein. Wichtig ist für mich jetzt, E-Groupware ist eine ziemlich umfangreiche Geschichte, hat viele Module, viele Funktionen, vor allen Dingen viele Einstellmöglichkeiten, Konfigurationsmöglichkeiten. Das ist schon alles sehr, sehr viel. Ich möchte aber einfach sagen, das kann man alles machen, man muss aber nicht. Man muss nicht ganz E-Groupware einsetzen. Man kann das auch, wenn man mal so ein paar Kleinigkeiten verstanden hat, relativ schnell zurechtstutzen von der Funktionalität her und von dem, was eben am Bildschirm, im User-Interface angeboten wird. Das heißt also, man muss das nicht selber immer alles sehen, geschweige denn, wenn man zum Beispiel Benutzer hat, Mitarbeiter, Familie, wen auch immer. Man kann das so weit zurechtstutzen, dass das also deutlich schlanker wird als das, was ich jetzt hier zeige. Deswegen, also man kann, muss das aber nicht in der Form machen. Groupwarestandards. Die Leute, die jetzt, sage ich mal, groß werden mit solchen Dingen, sehen das vielleicht ein bisschen anders. Ich mache das schon ein paar Jahre und klassischerweise hat man da von einer Groupware, von einer Ansammlung von Funktionalitäten gesprochen, was im Regelfall dann eben sowas wie E-Mail ist, sowas wie eine Aufgabenverwaltung, ein Kalender und Kontakte. Das nenne ich so den klassischen Groupware-Umfang. Vielmehr war das, ich sage mal, vor wenigen Jahren auch noch nicht. Insofern, E-Groupware hat einen E-Mail-Client, hat eine Aufgabenverwaltung. Das Ganze heißt hier Infolok. Das ist ein Kunstwort, kommt von Informationslogbuch. Da sage ich nachher ein bisschen mehr zu, weil das Ding einfach viel, viel mehr kann als Aufgabenverwalten. Kalender natürlich und Kontakte. Ich werde jetzt zu diesen einzelnen Punkten ein paar Punkte ansprechen, ein Screenshot zeigen, das nächste Modul und so gehen wir jetzt durch den gesamten Vortrag und so zeige ich mal den ganzen Querschnitt von dem, was E-Groupware so bietet. E-Mail. In E-Groupware integriert ist ein IMAP-Client. Das heißt also, ich kann wie mit einem Thunderbird zum Beispiel IMAP-Postfächer einbinden und zwar beliebig viele Konten grundsätzlich. Erstmal bringt E-Groupware keinen eigenen Mail-Server mit. Das läuft nicht unbedingt im Hintergrund automatisch mit. Das kann man sich einrichten. Dazu später mehr. Erstmal ist das einfach nur ein IMAP-Client. Natürlich haben wir auch Siebe-Unterstützung drin. Wenn der Mail-Server selber Siebe spricht, dann können wir auch sowas wie Filter und Abwesenheitsnotizen und so weiter über E-Groupware, über das User-Interface regeln auf dem Server. Ich kann an E-Groupware auf diesem Wege auch Clients per ActiveSync an E-Mail heranführen. Ansonsten geht man auf den Client natürlich hin und richtet sich das IMAP-Postfach, was man da benutzt, eben separat per IMAP. Wir haben vor einer Zeit Push-Notification eingebaut und zwar muss dafür der Mail-Server, den man verwendet, das auch bedienen können. Also im Regelfall ein DAF-Card-Mail-Server mit einem bestimmten Plug-in. Wir liefern das mit einem Mail-Server aus, den wir liefern können, den man sich installieren kann und haben sowas natürlich bei uns im Rechenzentrum, bei unseren Diensten für unseren Kunden auch vorhanden. Was heißt Push-Notification? Heißt in dem Fall von E-Mail einfach, der Mail-Client meldet sofort, wenn auf dem Mail-Server eine neue Mail zum Beispiel eingegangen ist. Das kennt ihr von einem Thunderbird zum Beispiel genauso. Ihr habt ein Postfach auf und da geht dann augenblicklich irgendwie eine Nachricht auf oder es wird etwas fett, wenn eine neue Mail da ist. Das basiert auf einer ähnlichen, aber anderen Technik. Hier bei der Push-Notification sendet einfach der Mail-Server dann dem E-Groupware-Mail-Client. Hier hat sich was geändert. Klassische Web-Mail-Clients haben eben oft immer noch das so, dass der Web-Mail-Client alle paar Minuten den Mail-Server abruft und guckt, ob da neue Mails da sind. Wie gesagt, wenn die Gegebenheiten da sind, geht das bei uns auch sofort. Das macht auch eine Menge aus, in dem Fall, wenn ich mit mehreren Leuten an einem Postfach zum Beispiel zugange bin. Der eine klickt auf die Mail drauf, dann wird die als gelesen markiert. Mit Push sieht der andere in seinem Mail-Client genauso, dass diese Mail gerade auf gelesen umgesprungen ist. Oder einer markiert die als wichtig oder verschiebt die in einen Unterordner. Das ist dann möglich, dass die anderen Mitarbeiter das sofort sehen und nicht erst drei Minuten später, wenn der mal aktualisiert. Das ist ganz, ganz wichtig in der Zusammenarbeit in einem Unternehmen, zum Beispiel mit Funktionspostsfechern. Ich erwähnte es schon, Mail-Server ist auf der E-Groupware-Installation nachinstallierbar. Wenn unter bestimmten Bedingungen das möglich ist, dann ist das auch ein Einzeiler-Abt-Install-E-Groupware-Mail und dann ist ein Mail-Server nachinstalliert. Man muss noch ein bisschen konfigurieren, verwaltet den aber komplett über E-Groupware. Und dann hat man auch eine tiefe Integration. Das heißt, man kann darüber Quota regeln, Abwesenheitsnotizen, Filter, Aliasse und das auch alles als Admin für andere Benutzer. Also im Unternehmen zum Beispiel ruft einer von zu Hause an und sagt, ich bin jetzt krank oder ich habe kurzfristig Urlaub, kannst du mir mal eine Abwesenheitsnotiz reinstellen. Das kann der Admin, da kommt der dran. Aus Mail heraus, ganz wichtig auch für unseren Kontext, ist, dass wir aus einer Mail halt eine Aufgabe machen können, ein Ticket oder einen Termin oder auch diverse andere Sachen. Ansonsten ist das ein klassischer Mailer. Ich habe da meinen Ordnerbaum, ich habe die Kopfdaten, ich habe eine Vorschau. Ich kann das Ganze auch in der Dreispaltenansicht bieten. Hier sieht man auch schon in dem Screenshot, ich habe mit der rechten Maustaste ein Kontextmenü aufgemacht. Das zieht sich durch E-Groupware, weil das hat so viele Funktionen, dass wir viel in die Kontextmenüs reingepackt haben und nicht in der Oberfläche als Button. Deswegen solltet ihr das mal ausprobieren und ihr vermisst irgendwas, versucht es mal mit dem Kontextmenü. Kalender mal natürlich integriert. Das Ganze im Kalender, aber eigentlich auch E-Groupware-weit, ist immer so teamorientiert. Also ich sage mal, wir unterstützen mit Funktionen, Ansichten und so weiter eigentlich immer die Teamarbeit. Also, dass jeder so vor sich hin wurstelt und sein eigenes Adressbuch hat, seinen eigenen Kalender. Und das wollen wir nicht. Wir wollen eine teamorientierte Software sein. Und das ist eigentlich die DNA auch von E-Groupware. Das war es nämlich schon immer. Im Kalender selber, in der Ansicht, können wir Termine zum Beispiel per Drag & Drop verschieben. Das finde ich ganz interessant. Ganz wichtig finde ich, ich habe einen Termin dort in der Ansicht. Da gehe ich mit der Maus drüber und da geht ein kleines Fensterchen auf bei dem Mouse-Over und zeigt mir die Teilnehmer, den Status der Teilnehmer. Eventuell auch links, die man klicken kann, direkt da heraus. Da muss man nicht irgendwas aufmachen, sondern man hält einfach nur die Maus drüber. Da kann man viel machen mit Farben, also Kategorien zuweisen, Farben zuweisen, Status. Von den Terminen werden zum Beispiel mit verschiedenen Strichstärken gestrichelt und so weiter dargestellt. Man sieht also auf einen Blick schon sehr, sehr viel im Kalender. Wir können im Kalender mittlerweile auch Sachen aus dem Infolog, also Aufgaben aus Projekten oder auch Anrufe mit einblenden. Da gibt es dann Buttons, da kann ich dann an- und ausschalten, damit ich diese Sachen nicht immer sehen muss in meiner Kalenderansicht. Die können wir da mittlerweile einblenden. Da gibt es so verschiedene Ansichten, um zum Beispiel ganze Teams darzustellen. Ich kann zum Beispiel von verschiedenen Teammitgliedern alles in einer Ansicht, ich sage mal, stapeln, beziehungsweise praktisch mischen oder spaltenweise zum Beispiel die einzelnen Teammitglieder darstellen. Es gibt da viele verschiedene Ansichten. Das Ganze kann ich synchronisieren auf Mobilgeräte mit CalDAV und ActiveSync eben entsprechend. Hier ein kleiner Screenshot davon und wir sehen unten rechts nochmal diesen kleinen Mouse-Over. Da halte ich einfach die Maus auf die heutige Veranstaltung und dann sehe ich da zum Beispiel auch einen Link, den kann ich direkt anklicken, sehe den Status der Teilnehmer und so weiter. Oder wo der Ort ist, in dem Fall online, Uhrzeit und so weiter. Infolog, ich sprach es schon an. Infolog ist ein Kunstwort aus Informations-Blogbuch und darin verwalten wir Aufgaben, Notizen, Anrufe, E-Mail oder was auch immer. Weil ich sage mal, ich kann mir das selber einrichten, was für Informationen ich dort verwalten möchte. Ich kann Informationstypen anlegen. Zu denen gehören dann Statusfelder, selbstdefinierte Felder für Informationen und so weiter. Ich kann also für einen bestimmten Informationstyp bestimmte eigene Felder anlegen, die nur für diesen Informationstyp zum Beispiel gültig sein sollen. Das Ganze auch noch über Berechtigung, damit nicht jeder alles sieht. Insgesamt ist das praktisch so unser Schweizer Messer, um Informationen zu speichern. Ich kann letztendlich beliebig mir eigene Informationstypen, Masken, Felder und so weiter anlegen, um im Prinzip jedwetige Information dort als Datensatz abzulegen. Und natürlich mit dem Datensatz hinterher auch allerlei zu machen. Ich kann das auswerten, ich kann Dokumente füllen damit, ich kann diverse Dinge auslösen, ich kann die Sachen in ein Kanban-Bord reinschmeißen. Ja, also das ist unser Schweizer Messer. Ganz klar auch wieder synchronisierbar per DAF und ActiveSync. Ich habe da wieder ein Screenshot. Das ist letztendlich so eine Liste, Kontextmenü auch relativ lang. Ja, wie gesagt, nach dem Vortrag in dem Jitsi-Raum können wir uns das gerne noch mal ein bisschen genauer angucken, weil das ist eine hochinteressante Sache, wie ihr da zum Beispiel eure eigenen Informationen ablegen könnt, selber benahmen könnt, eigene Felder und so weiter. Kontakte. Erstmal bedienen wir natürlich Standardfelder, weil wir auch zum Beispiel eben natürlich per Card davon ActiveSync synchronisieren. Da gibt es bestimmte Standardfelder, die synchronisiert werden. Deswegen haben wir zum Beispiel eben auch ganz bestimmte Felder ganz bestimmt so benannt, aber eben zum Beispiel auch so ein Beschreibungsfeld, nach wie vor ein reines Textfeld. Das ist immer wieder die Frage, warum machen wir da kein HTML? Ja, weil die Synchronisation dann gebrochen wird. Letztendlich lässt sich HTML da nicht synchronisieren. Also die Standardfelder, die eigentlich in allen Clients vorhanden sind, die decken wir mal ganz locker ab. Und wie schon in den anderen Modulen, wir können wieder eigene Felder dazu bauen, eigene Masken, eigene Kontakte-Typen auch. Wir können auch Kontakte scheren. Also so wie File-Sharing kann man auch Kontakte scheren, sowohl intern praktisch mit anderen Personen in der Organisation oder eben auch mit externen. Man kann zum Beispiel einen Kontakt scheren mit einem Menschen, also dem der Kontakt repräsentiert und dem zum Beispiel sagen, füll mal deine Felder. Ist das noch alles in Ordnung? Wir haben eine Erweiterung in der APL-Version. Und zwar gibt es dort Funktionalitäten, um DSGVO-Anforderungen zu erfüllen. Zum Beispiel eben, dass in einem bestimmten Adressbuch Adressen zum Beispiel nach einer bestimmten Zeit gelöscht werden müssen. Da gibt es ja Anforderungen über die DSGVO. Da kann man also einige Sachen automatisieren. Man kann dort Sachen zum Beispiel im Adressbuch bestimmte Felder von bestimmten Gruppen nur lesbar haben. Man kann sagen zum Beispiel, dass bestimmte Felder von bestimmten Benutzergruppen überhaupt erst gepflegt werden können. Man kann einige Sachen automatisieren. Das ist also auch schon eine ganz interessante Sache, um erst mal Recht zu erfüllen, als auch Sachen zu automatisieren. Dann sind da so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, ich kann direkt eine Routenplanung öffnen aus einem Kontakt. Ich kann aus einem Kontakt heraus eine CRM-Ansicht öffnen. Das ist im Prinzip eine Ansicht, wo ich meinen Kontakt habe. Und da sehe ich dann zum Beispiel meine Infolok-Einträge oder die Einträge aus meinem Ticketsystem. Je nachdem, wo ich meine Aufgaben und meine To-Dos mit den Interessenten oder Kunden verwalte. Das wird dann aufgemacht. Wenn dann zum Beispiel jemand anruft und ich habe eine CTI-Integration, dann geht das sofort auf und ich sehe sofort, welches Ticket ich mit dem aufhabe und kann sofort auch ein neues machen oder eins bearbeiten. Also wir haben gewisse CRM-Funktionalitäten da drin, wo man, ich sage mal, schon weitreichend CRM-Anforderungen abdecken kann. Wir sind kein Spezialist bei CRM, aber ich sage mal, den normalen Servicebetrieb und so weiter, auch wir bei der eGroupware GmbH schaffen das, unseren ganzen Servicebetrieb damit locker abzudecken. Das Ganze auch wieder per Carta von ActiveSync natürlich synchronisierbar. Adressbuch sieht wieder so ähnlich aus. Wieder ein Kontextmenü. Wir haben eine Tabelle. Ich kann in der Tabelle natürlich auch Webadressen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern direkt anklicken und somit öffnen, anrufen oder was auch immer. Vielleicht an der Stelle noch mal ganz kurz so ein bisschen zum Drumherum. Wir sehen oben eine waagerechte Leiste. Da sieht man die einzelnen Module, die man geöffnet hat. Da kann man dann hin und her klicken. Wir sehen auf der rechten Seite unsere sogenannte Statusleiste. Da sehe ich die ganzen Benutzer oder eben nur die Benutzer, die ich sehen will. Ich kann die favorisieren. Ich sehe, ob die angemeldet sind und ich kann da auch so Sachen machen, wie zum Beispiel eben mal eine Chat-Nachricht hinschreiben. Sehen wir gleich noch ein bisschen. Auf der linken Seite haben wir das Menü für dieses Modul. Ich sagte vorhin schon, ein normaler Benutzer sieht das nicht alles. Das Admin-Menü sehen die nicht. Import, Export auch nicht unbedingt. Und das Ganze kann man dann auch einklappen, wenn man es nicht sehen will. Pro Modul, also Adressbuch, Kalender oder so, kann ich das einklappen an der Seite. Der merkt sich das und dann habe ich mehr Platz auf dem Bildschirm. So, jetzt kommen wir, das waren die klassischen Module in der Groupware von vor ein paar Jahren. Heute sieht das natürlich ein bisschen anders. Heute erwartet man in der Groupware-Lösung natürlich so Sachen wie Videokonferenz, Dateiverwaltung, File-Sharing, Chat und auch ein Online-Office. Das sehe ich dann praktisch so heute als Standard einer Groupware-Lösung. Auch das haben wir natürlich alles eingearbeitet. Wir können Videokonferenz. Heißt in unserem Fall, wir liefern kein Videokonferenzsystem mit. Wir binden Videokonferenzsysteme ein. Und zwar haben wir uns da eigentlich fokussiert auf, ich sage mal, die zwei freien und Open-Source-Systeme, Jitsi und BBB. Brauche ich, glaube ich, niemandem erklären, was das ist. Für beides kann man sich überlegen, woher das kommt, von einem Dienstleister, von einem Freund, von einer eigenen Installation oder sonst was. Man bindet das hier ein, indem man schlichtweg einfach nur die Webadresse von dem System angibt, gegebenenfalls noch Zugangsdaten und fertig ist das eingebunden. Wir können dann also innerhalb eGroupware zum Beispiel über diese Statusleiste mal eben einen anderen Mitarbeiter, Benutzer, der online ist, zum Beispiel direkt anrufen. Also für eine Videokonferenz oder nur Audio direkt. Dann geht bei dem so ein kleines Fensterchen auf, ein Anruf, der kann das annehmen und schon kann man miteinander sprechen. Man kann Video einschalten oder auch nicht, aber man kann vor allen Dingen, und das sehe ich in der Praxis eben sehr, sehr viel, also Telefonie, also man telefoniert darüber viel und einem Kollegen, Kollegin mal eben einen Bildschirm zeigen und vielleicht ein Dokument besprechen oder sowas. Das wird unheimlich viel mittlerweile genutzt. Wie gesagt, wir nutzen da einfach zum Beispiel ein Jitsi bei eGroupware und so können wir uns gegenseitig eben die Sachen zeigen, besprechen oder was auch immer. Dazu habe ich auch einen Vortrag mal gehalten auf der Keylux 2020 und zwar zeige ich dort Jitsi und auch Apache Guacamole, kommen später in eGroupware, wie das integriert ist, wie das integriert wird. Ich habe auch noch mehr Links hier zu verschiedenen Webseiten und vor allen Dingen Vorträgen, die kommen dann gleich noch. An der Stelle möchte ich zwei unserer Partner und Anbieter von BBW und Jitsi kurz ansprechen. Die kann ich wirklich empfehlen. Das ist einmal www.bbw-server.de. Die bieten BBW-Server an für, ich sage mal, wirklich absolut gute Konditionen. Die wissen, was zu machen und wer so ein bisschen BBW kennt, weiß auch, das ist nicht ganz ohne zu betreiben und vor allen Dingen auch nicht ganz ohne sicher zu betreiben. Ich schlage echt vor, überlasst das den Profis, mietet euch da ein. Ganz ehrlich, das sind wirklich nur ein paar Euro und das lohnt sich. Das Gleiche für Jitsi, da empfehle ich ganz klar KiwiTalk. Das ist auch unser Partner, über die machen wir das jeden Tag. Ich sage mal, dafür kann man es alles nicht selber machen. In dem Screenshot kurz zu sehen, ich kann eine Videokonferenz ein- oder ausschalten. Im Gesamtsystem will ich das nicht machen, schalte ich es einfach aus. Dann verschwinden auch die Einträge aus den einzelnen Menüs. Ich kann im Kalender zum Beispiel keinen Videocall mehr einstellen, zum Beispiel, oder an der Seitenleiste kann ich auch keinen Videoanruf mehr starten. Habe ich es aber eingeschaltet, muss ich mich an der Stelle entscheiden für einen Jitsi-Server oder ein Jitsi-System oder BBB. Beides unterstützen wir so nicht. Es ist halt immer nur ein System. Sondern ich muss nicht viel machen. Für einen Jitsi gebe ich die Adresse ein, so einen öffentlichen Jitsi-Server, oder ich habe einen eigenen, dann brauche ich meine Zugangsdaten, also das Secret und die ID. Wir unterstützen das in E-Groupware insofern, als dass dann auch zum Beispiel der Name, ein Avatar und so weiter übertragen wird. Mache ich darüber eine Konferenz, habe ich dann auch direkt meinen Namen dort stehen, den Avatar von mir und so weiter. Bei BBB ist es ähnlich. Auch hier müssen Zugangsdaten eingetragen werden, gegebenenfalls auch Tarifdaten, je nachdem. Also mehr ist hier nicht zu tun. Also im Zweifelsfall nur eine Webadresse und ein paar kleine Daten und fertig. Schon ist das eingebunden. Wir haben Dateien. Dateimanager nennen wir das. Mit eben anhängendem File-Sharing. Darunter befindet sich ein VFS, also ein virtuelles File-System. Das heißt also, wir speichern die Daten nicht irgendwo in der Datenbank oder sonst was, sondern die liegen auf dem Host, auf der Festplatte. Und in der Datenbank von E-Groupware werden dann die Daten gespeichert. Dateiname und was alles so dazugehört. Und genauso wie in den anderen Modulen kann ich hier natürlich weitere Felder hinzufügen. Ich kann also einer Datei Eigenschaften mitgeben. Und zwar, die kann ich zum Beispiel ein Textfeld oder ein Weblink oder zum Beispiel einfach nur ein Feld, wo ich ein Dropdown-Menü habe, wo steht, kontrolliert, fertig oder zum Überarbeiten oder was auch immer. Das geht mit einem virtuellen File-System. Ich kann externe Shares, Freigaben hier einbinden bei uns. Also die dargeboten werden über WebDAV oder SMB und grundsätzlich eigentlich auch alles, was ich auf dem Host-System einbinden kann. Das heißt also, wenn ich auf dem Host-System, wo E-Groupware drauf läuft, zum Beispiel eine NFS-Freigabe von irgendwoher einbinde, dann kann ich die auch hier nach E-Groupware in den Dateimanager hochziehen. Man kann auch Sachen automatisch mounten lassen beim Anmelden, also zum Beispiel in einem Unternehmen mit einem File-Server, die normalerweise, sage ich mal, ein Home-Verzeichnis und Abteilungslaufwerke bieten. Dann kann ich das hier auch machen. Das, was im Unternehmen am Arbeitsplatz eingebunden ist, womöglich kann ich auch hier einbinden. Dann habe ich es im Homeoffice genauso zur Verfügung. Zugriff von extern, also nicht über E-Groupware-Oberfläche selber, kann ich dann wiederum per WebDAV. Das heißt also, ich kann hier zum Beispiel in einem Mint, in einem Nemo-Dateimanager, kann ich ja WebDAV-Ressourcen ansprechen. Ich kann da einen Bookmark drauf machen und so kann ich auch im Dateimanager Dateien auf meinem E-Groupware-Server öffnen, damit arbeiten. Das mache ich letztendlich auch. Ich bearbeite diese Dateien auf dem Weg. Und wenn ich woanders bin, kann ich das auf jedem beliebigen Rechner, wenn ich meine Groupware aufrufe, auch dann bearbeiten mit einem Online-Office oder ich kann die Sachen runterladen. Wichtig ist auch, ich kann hier nicht nur auf die Dateien zugreifen, die ich jetzt so klassischerweise hier in so einem File-Server drin habe, sondern auch diese ganzen Objekte, die ich da habe, eine Aufgabe, ein Kontakt oder ein Projekt. Überall kann ich Dateien dranhängen. Die erreiche ich auch hier wieder über den Dateimanager und auch von extern über WebDAV. Wenn ich also einen Kontakt habe und ich hänge dort Dokumente dran, also zum Beispiel ein Kunde hat ein Adressbuch-Eintrag, einen Kontakt, und da kann ich dann zum Beispiel irgendwie ein PDF dranhängen mit einer Kontaktliste. Ja, dann kann ich aber auch per WebDAV da dran kommen. Wir haben dort ein Online-Office eingebunden, ein Kollaborer online, in den Dateimanager. Ich kann also von dort aus Dokumente öffnen und so weiter. File-Sharing machen wir, wie gesagt, auch. Man kann per E-Mail eben Files freigeben, Ordner freigeben. Wir unterstützen auch Versionierung, Abonnements in der EPL-Version. Das heißt also, man kann zum Beispiel einen Ordner scheren mit einem Externen, zum Beispiel einem Architekten oder einem Ingenieurbüro oder was auch immer. Der kann dann zum Beispiel Dateien da hochladen und ich bekomme eine E-Mail, dass da was hochgeladen worden ist oder dass ein Dokument geändert worden ist. So kann ich mit einem Externen ganz gut zusammenarbeiten und merke auch, wenn da was passiert ist. Dazu gibt es einen Vortrag von der Frostkorn 2022 über File-Server Online. Habe ich auch da unten verlinkt. Das Ganze sieht relativ klassisch aus eigentlich. Ich habe da oben einen Pfad. Ich kann suchen. Ich habe ein Kontextmenü. Ich habe ein Home-Verzeichnis. Ich habe Abteilungsverzeichnisse. Und wir sehen auf der linken Seite auch an der Stelle wieder oben im Menü unter Dateimanager Favoriten. Man kann es vielleicht nicht ganz lesen. Ich kann in diesem Modul überall Favoriten anlegen. Das heißt also, ich habe ein bestimmtes Verzeichnis oder im Adressbuch einen bestimmten Filter zum Beispiel. Dann kann ich dafür Favoriten anlegen, damit ich nicht jedes Mal wieder da mich langhangeln muss, danach suchen muss oder was auch immer. So habe ich zum Beispiel bei mir aktuell in meiner E-Gruppe ein Favorit Tux-Tage 2022. Das heißt also, jetzt die letzten Tage, wenn ich mal wieder daran gearbeitet habe an diesem Vortrag, dann habe ich da draufgeklickt, dann war ich in dem Ordner und war sofort da. Chat. Da sind wir bei der ersten Anwendung, die wir nicht selber machen. Ein Chat-System selber zu entwickeln, das ist nicht unser Ding. Unser Ding ist Groupware an sich und da haben wir auch voll und ganz mit zu tun. Wir haben letztendlich RocketChat eingebunden vor drei, vier Jahren schon. Das ließ sich gut integrieren, technisch erstmal und erfüllt auch alles unsere Anforderungen, die wir haben beziehungsweise die unsere Kunden und Anwender haben, die einfach nämlich nur persönlich oder in der Gruppe chatten wollen. Wir haben das Ganze integriert hier in einen iFrame, also eingebunden in E-Groupware in die Oberfläche. Ich kann das Ganze natürlich auch per Client aufrufen. Ich kann einen Client auf dem PC installieren, auf dem Mobilgerät, was auch immer. Das Ganze gestalten wir dann mit einem Single Sign-On, das heißt, ich melde mich in E-Groupware an und klicke dann auf das Modul RocketChat und dann macht er im Hintergrund die Anmeldung auf dem System und wir sind da sofort drin. Wie gesagt, persönliche und Gruppenschatz kann man dort machen. Ich kann Screenshots hochladen, Dateien hochladen, ich kann aus einem Chat heraus direkt einen Videocall starten, wenn man dann meint, man müsste dann mal doch eben einen Videocall machen, um Sachen schneller zu besprechen, als sich da einen Wolf zu tippen. Kleiner Link auf unsere Webseite, wo das nochmal ein bisschen erklärt ist und ein kleines Screenshot. Man sieht, außenrum ist E-Groupware innen drin, integriert als iFrame eben die RocketChat-Oberfläche. Zweite Integration ist ein Online-Office und zwar benutzen wir da Collabora Online. Wir sind da seit Jahren Partner, machen viel zusammen. Ich unterstütze die auch so ein bisschen mit Hinweisen, mit Tests, mit Bugs, die ich bei denen im Ticketsystem eintrage und so weiter. Und wir haben vor Jahren uns für Collabora Online entschieden, weil die einfach die besten Partner dafür sind. Da muss ich ein bisschen Werbung machen für. Ich habe auch unten den Link und zwar diesmal kein spezifischer Vortrag, weil ich nämlich einige Vorträge gehalten habe über Collabora Online. Ich denke, wer das noch nicht kennt, sollte sich das unbedingt mal angucken. Wir haben das Ganze integriert im Dateimanager, weil wir letztendlich ja damit Dateien öffnen. Starte ich das aus dem Dateimanager heraus. Collabora Online selber bietet halt die Online-Version praktisch von LibreOffice mit der Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentationen und auch Zeichnungen. Das wird normalerweise mit E-Groupware automatisch mit installiert, wenn man sich das installiert. Man kann das abwählen bei der Installation, man kann es aber einfach auch mitlaufen lassen. Wir installieren automatisch Collabora Online. Da gibt es Lizenzen für, damit man das dauerhaft betreiben kann. Man kann das auch wechseln gegen die Entwicklerumgebung, die nennt sich Code auf dem System. Da muss man nur den Container eben Austauschen Geschmackssache. Aber ich sage mal auch für eine Familie oder so sind die Kosten für ein Jahr also absolut überschaubar und es ist empfehlenswert, sich da Lizenzen zuzulegen, weil wir alle wollen ja auch irgendwo, dass Open Source Software lebt und das funktioniert nur, wenn man da auch ein bisschen Geld für bezahlt. Das Ganze hier nochmal aufgezeigt. Das Ganze integrieren wir in dem Fall nicht als iFrame in E-Groupware, sondern wenn man ein Dokument aufmacht, geht ein neuer Tab oder ein neues Fenster auf, damit wir da auch die maximalen Platz am Bildschirm haben für dieses Dokument. Würden wir das jetzt nicht in so ein iFrame einfärchen wollen, da will man ja immer Platz haben. Das war jetzt im Prinzip so der Stand Groupware-Umfang heutzutage. Jetzt gehen wir da bei E-Groupware schon immer noch ein ganzes Stück drüber hinaus. Wir haben eingebunden verschiedene andere Dinge noch. Das ist vor allen Dingen, das ist mir sehr, sehr wichtig, Guacamole, um Remote Desktop zu betreiben. Wir haben ein Kanban-Modul. Das ist ein EPL-Modul, aber ich kann das jedem empfehlen, der ein bisschen was zu organisieren hat, gerade auch in einem Unternehmen, in der Organisation, sollte sich mit Kanban beschäftigen. Wir haben Small Part, das ist ein Modul oder ein Programm, um Video gestützt eben zu lehren und zu lernen. Wir haben einen Projektmanager, dort fassen wir, ich sag mal, alles an Objekten aus E-Groupware zusammen in Projekten, lassen sich dann auch als Gantt-Diagramm darstellen mit Abhängigkeiten und so weiter, wenn man denn unbedingt will. Wir haben ein Ticketsystem integriert, wir haben CTI integriert, das heißt also, dass man aus E-Groupware telefonieren kann und so weiter. Eine Ressourcenverwaltung, die man, wenn man will, doch sehr aufbohren kann. Wir machen Zeiterfassungen über Stundenzettel auch zum Weiterverarbeiten dann und ich kann eigene Anwendungen integrieren, so wie wir hier zum Beispiel Guacamole oder Rocket Chat integrieren, kann man auch andere Web-Anwendungen integrieren, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind und ich kann eigene Anwendungen auch auf Basis von E-Groupware schreiben, das ist gar nicht so schwer. Die Sachen gehen wir jetzt relativ schnell durch. Nochmal der Hinweis, ich zeige das gerne im Anschluss am Vortrag, egal wie lange das dauert, kommt da in den Raum rein, ich zeige das alles nochmal. Guacamole, wer es nicht kennt, sollte meinen Vortrag dazu schauen, von Kilox 2020. Es gibt noch einen Vortrag nur über Guacamole, den habe ich hier noch nicht verlinkt, das reiche ich nach. Fakt ist auf jeden Fall, ich kann Rechner per RDP, VNC oder SSH ansprechen und kann das in einem Webbrowser dann darstellen. Das heißt, innerhalb E-Groupware habe ich zum Beispiel dann eben einen Rechner oder eine SSH-Konsole von irgendeinem Server zur Verfügung. Das Ganze läuft auch per Single Sign-On, ich melde mich in E-Groupware an und habe das dann direkt zur Verfügung, kann einfach auf einer E-Groupware-Installation nachinstalliert werden. Klasse für Remote Work, also mir hat das die letzten zwei, drei Jahre jetzt gerade in der Corona-Zeit sehr geholfen, Leute einfach nach Hause schicken zu können, die arbeiten auf ihrem PC im Betrieb einfach per Remote, also sprich per RDP in einem Webbrowser. Funktioniert wunderbar und da habe ich auch keine Bauchschmerzen, was die Sicherheit angeht, weil die sind nicht per VPN und womöglich über RDP, übers Internet oder sonst was, sondern die sind nur mit einem Webinterface drauf, wo man alles abschalten kann, was irgendwie unsicher sein kann. Hier sehen wir nochmal kurz, wie zum Beispiel so ein Linux-Desktop oder so ein Debian-Desktop ein einfacher innerhalb des Browser-Interfaces zu sehen ist. Kanban, ganz wichtig, ist ein EPL-Modul, aber ich habe es schon gesagt, manche Business-Sachen sind eben zu bezahlen. Es ist ein tolles Modul, ich kann unheimlich gut damit organisieren und automatisieren, ich kann bestimmte Sachen wie zum Beispiel Tickets, die per E-Mail reinkommen, automatisch in ein Board schieben lassen, wenn ich einen Bildschirm an der Wand hängen habe, sehe ich auch sofort, da ist eine neue Aufgabe oder ein Support-Fall. Ich kann mit Leuten diskutieren, auch über die Ferne mit einem Videocall, Telefon und wir gucken uns beide ein Kanban-Board an und planen da gemeinsam Aufgaben, besprechen das und so weiter. Auch hier, wie in allen anderen Modulen, haben wir Push implementiert mittlerweile, so wie bei Mail das Frontend sofort informiert wird, wenn sich was ändert, haben wir das eben auch hier für Kanban eingebaut. Geht der eine hin und verschiebt eine Karte im Kanban-Board, dann sieht der andere am anderen Ende der Welt auch sofort diese Karte verschieben. So kann man gemeinsam wunderbar an Sachen arbeiten und muss nicht ein Dokument wieder öffnen, wenn der andere das mal wieder gespeichert hat. Ein paar Screenshots davon, wie sowas aussieht. Ich weiß nicht, es werden wahrscheinlich nicht alle Kanban kennen, es ist einfach so ein Kartenmodell mit Spalten, mit Swimlanes, also waagerechten Zeilen und da habe ich dann so Karten, das können dann Aufgaben, Kontakte, Dateien oder sonst was sein und die schiebe ich dann von einer Spalte zur nächsten und beim Schieben kann ich auch noch verschiedentliche Dinge machen, Status ändern, ich kann die Aufgabenzuteilung ändern und so weiter. Gibt es auch ein wunderbares Video drüber, wo ich das nochmal erkläre, was ist Kanban und wie funktioniert das bei uns. Small Part, dieses Video gestützte Lehren und Lernen, habe ich schon angesprochen, ist ein separates Modul, kann auch per LTI eingebunden werden in Lernumgebungen, da sieht man dann von eGroupware gar nichts, aber es wird bei eGroupware normalerweise mit installiert, es ist dann einfach da, wenn man es nicht nutzen will, dann nimmt man einfach die Rechte von dem Modul weg und dann sieht es auch keiner mehr. Ein paar Screenshots, das ist vor allen Dingen, sage ich mal, um Leuten anhand von Videos etwas zu zeigen, zu fragen, auch Tests und Prüfungen kann ich damit abnehmen und das ist bei mehreren Universitäten im Einsatz mittlerweile, das kann man auch in der Fahrschule oder in betrieblichen Ausbildungen von einem Staplerfahrer oder was auch immer einsetzen, da gibt es also reichlich Anwendungsmöglichkeiten. Projektmanagement, ich habe es angesprochen, wichtig ist hier, wie bei einem Ticketsystem zum Beispiel auch oder Kanban, es ist in eGroupware integriert, ich arbeite also im Projektmanagement mit Infolock-Aufgaben, mit Kontakten, mit Stundenzetteln, all die Dinge, die in eGroupware schon drin sind und das ist ja auch in Kanban so, ich verarbeite ja dort Objekte oder lege sie neu an, die schon in eGroupware vorhanden sind und an anderer Stelle wiederzufinden sind. Ich habe also keine Insel, auf der ich nochmal irgendwelche Kontakte anlegen muss oder Aufgaben anlegen muss oder sonst was. Wir unterstützen Unterprojekte, ich kann also beliebig Staffeln an der Gestelle. Wie schon gesagt, Ganttiagramm zeigen wir auch, aber ich sage mal, wer ein bisschen Projektmanagement weiß und kann und sich auskennt, weiß, dass Ganttiagramm nicht Projektmanagement ist, es ist einfach nur eine schöne Darstellung. Wichtig auch, wir können Vorlagen definieren, das heißt also eine Projektstruktur mit Unterprojekten und Aufgaben und so weiter kann ich als Vorlage deklarieren und kann dann hinterher sagen, kopiere mir das jetzt für Projekt bei dem Kunden sowieso und dann arbeitet man dieses Projekt ab. Man sieht hier nochmal, es gibt ein Ganttiagramm, ist vorhanden. Ein Ticketsystem haben wir integriert, auch wieder kein Spezialist, aber dafür integriert ins System. Wir haben eine Mail-Integration, das heißt, ich kann eine Queue anlegen, ich kann der Queue sagen, du gehst jetzt auf das Postfach und wenn da was reinkommt, mach mir da ein Ticket draus. Das Ganze kann ich noch eskalieren, wenn sich da eine Zeit lang nichts tut. Das Ganze kann man wunderbar kombinieren mit Kanban, kommt hier ein Ticket auf einer bestimmten Queue rein, kann ich zum Beispiel auch dieses Ticket direkt im Kanban-Board auftauchen lassen und der Techniker, der will, der nimmt sich dann die Karte und schiebt die auf seine Spalte und dann hat er die zugewiesen. Sowas in der Art zum Beispiel. Das Ganze kann ich aber auch mit einem Adressbuch machen und mit einem Kontaktformular auf einer Webseite, kommt da was rein, kann ich das bis zum Kanban-Board durchschieben. Auch hier wieder, wir haben eine Liste, wir haben ein Kontextmenü, dort integriert sich das. Ich kann das filtern, ich kann mir Bookmarks anlegen dafür. CTI, definitiv ein Highlight, insbesondere mit dem Angebot von Placetail, da sind wir Partner, aber deswegen auch Partner, weil erstmal ist es nach wie vor noch eine deutsche Firma im deutschen Bereich tätig, gehört zwar mittlerweile zu Cisco, aber wir haben einen Anbieter gesucht, mit dem wir partnerschaftlich arbeiten können, die erstmal sich als Partner verhalten, aber die vor allen Dingen auch eine Schnittstelle haben, mit der wir wirklich viel machen können und das geht mit Placetail. Wir haben auch Konfigurationen für RingCentral, für Asterisk-Anlagen im Allgemeinen mit einer ARRI-Schnittstelle, aber auch frei konfigurierbar. Deswegen, nicht alle Funktionen sind immer mit jeder TK-Anlage machbar, aber was die Placetail-Anlage angeht, ist das schon, sag ich mal, sehr ausgefuchst. Also klassisch ankommender Rufe öffnen, zum Beispiel einen Kontakt, ich habe eine Anrufliste, ich kann die Anrufe in einem Kalender darstellen, ich kann Anrufe, also da sehe ich zum Beispiel sofort im Kalender, wenn ich einen Anruf verpasst habe, ich kann aus Anrufen direkt Stundenzettel, Adressbücher oder Aufgaben machen, ich kann meine Nebenstellen auch administrieren darüber. Theoretisch muss ich bei Placetail zum Beispiel als Admin auch nicht mehr Nebenstellen anlegen, das mache ich über E-Groupware und sage E-Groupware, der Benutzer bekommt die Nebenstelle, dann ist das Thema erledigt. Der kann zum Beispiel sein Smartphone, die App von denen installieren, in der E-Groupware selber, kann er sich einen Barcode aufrufen, hält sein Handy da drauf und schon ist das Gerät konfiguriert. Ganz feine Sache. Ich zeige hier nochmal die Anrufliste und was ich damit machen kann, könnt ihr euch später nochmal in Ruhe anschauen. Zeiterfassung, ganz klassisch Stundenzettel, das ist jetzt nicht die Zeiterfassung, die ich normalerweise heute machen muss für eine Abrechnung in Großbetrieb, ich mache Stundenzettel, kann die entsprechend mit E-Groupware-Bordmitteln aufbohren, ich weise diese Stundenzettel dann Projekten oder Aufgaben oder eben Tickets zum Beispiel zu und kann das dann hinterher eben entsprechend auswerten. Ich kann zum Beispiel Stundennachweise für einen Techniker, für einen bestimmten Kunden für den Monat XY mir eine Tabelle drucken lassen und dem zum Beispiel als Stundennachweis mitgeben lassen oder direkt in Rechnung oder was auch immer. Wir können all diese Dinge, die wir an Informationen hier in E-Groupware haben, exportieren in ein Dokument. Diese Felder lege ich einfach zum Beispiel in einem Textdokument als Variablen an, drücke dann hier drauf und dann kommt da eine Rechnung raus. Entweder als Download oder wenn ich Collabora Online installiert habe, in Collabora Online direkt verarbeitbar, versendbar, als PDF, konvertierbar und so weiter. Wie gesagt, zu Collabora Online und den Möglichkeiten, Dokumente zu erstellen aus E-Groupware selber, gibt es eine Menge Vorträge von mir. Definitiv kann kein anderes System, wer da Anwendung für hat, der wird da richtig seine Freude dran haben. Es wird in der nächsten kommenden Version an der Stelle eine Erweiterung geben, um Zeiten zu erfassen. Zum Beispiel, wenn jemand Support macht, kann er die Zeiten viel, viel schneller in Zukunft auf bestimmte Projekte oder Kunden eben entsprechend verbuchen. Auch das wieder wird eine Liste, ist auswertbar, filterbar, exportierbar, in Dokumente reinzuschieben oder was auch immer. Ressourcenverwaltung. Klein, aber fein. Ich kann Poolautos, Besprechungsräume, wenn es sein muss, auch Kaffee damit verwalten. Ich kann also Ressourcen direkt im Kalender oder im Modul selber auch buchen. Ich kann da Aufgabenträger, die dann den Kaffee bringen, definieren und so weiter. Das Ganze ist aber beliebig erweiterbar und durch Benutzer definierte Fälle, aber eben auch zum Beispiel durch den Anhang von Dateien. Gibt es auch einen schönen Vortrag von mir zu ein Screenshot da heraus von einem Anwender aus einer Universität, der verwaltet dort zum Beispiel Laborgeräte. Da dran hängen dann aber zum Beispiel Informationen, wann ist das zuletzt gewartet worden oder eben auch das PDF mit der Bedienungsanleitung oder ein PDF mit einer eigenen Bedienungsanleitung der Fakultät oder sonst irgendwas. Dann können die Sachen hier gebucht werden und so weiter. Damit kann ich eine Menge organisieren. Ja, ich sprach das ganz kurz an. Ich kann eigene Anwendungen entwickeln auf Basis von E-Groupware, weil ich sag mal sowas wie Benutzerverwaltung, der Mailversand, Dokumente füllen, Integration in andere Module, das ist irgendwie alles da und das kann ich mitnutzen. Das muss ich nicht von Grund aufbauen. Und dann kann ich eben auch Web-Anwendungen, eigene oder welche auch immer, als iFrame einbinden mit Authentifizierung, Datenbandintegration oder was auch immer. Da gibt es weitreichende Möglichkeiten, es sind aber immer bestimmte Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Aber da ist noch eine Menge Luft nach oben. Auch dazu gibt es einen Vortrag. Zwei Screenshots von Bekannten von uns, die ihre Anwendungen dort entwickeln. Der erste Screenshot zum Beispiel, ich weiß nicht, wer es lesen kann, da steht was von Lehrer, Klassenräume, ja, das ist eine Schulverwaltung. Da wird ein komplettes Gymnasium mit dieser Schulverwaltung, mit einem Vertretungsplan und so weiter verwaltet. Die verwalten auch ihre Dokumente da drin. Da geht einiges mit. Das wird mittlerweile auch noch an anderen Schulen, an Berufsschulen eingeführt. Ist eine ganz feine Sache. Das hat ein Lehrer programmiert. Ein anderes Ding, kann man schlecht erkennen, was es ist, aber man kann so ein bisschen erahnen an diesen ganzen Icons oben, waagerecht und auf der linken Seite, da hat jemand ganz viele Module eingebaut. Das ist ein Wirtschaftsberatungsunternehmen, die sind im Bereich der Ansiedlung von Unternehmen, Steuern und so weiter in einem europäischen Ausland tätig. der Verantwortliche dort hat auch noch einen Mitarbeiter, der so ein bisschen mitprogrammiert, aber selbst der Chef programmiert diese Module hier rein. Es gibt keine Software dafür, also macht er sich welche und das auf Basis von eGroupware. Ganz schnell runtergezogen ein paar Besonderheiten. Wir integrieren geeignete Anwendungen, entwickeln auf Basis von eGroupware eigene Anwendungen. eGroupware selber braucht relativ wenig Ressourcen, also bei der Installation zwei Cores, zwei Gig und ein paar Gig Platte reichen. Als Admin habe ich weitreichende Möglichkeiten, das Ganze zu konfigurieren. Wenn man das verstanden hat, wie das funktioniert, macht das auch richtig Spaß, das Ganze optimal einzustellen. Man sollte das auch verstanden haben, weil dann ist auch insgesamt die Komplexität der ganzen Geschichte relativ gering. Im Gegensatz zum Beispiel über reine Microsoft-Umgebungen in einem Betrieb zum Beispiel, das halte ich einfach für nur ein Bruchteil so komplex. Datensicherung ist recht einfach gemacht. Es gibt eine Mobilansicht. Ich muss nicht unbedingt synchronisieren auf einem Endgerät. Es gibt eine Mobilansicht, die so ab 5 Zoll ganz brauchbar ist, auf dem Tablet sowieso vernünftig funktioniert. Ich muss also meine Daten nicht irgendwo hin synchronisieren, in irgendeinem Adressbuch, auf irgendeinem Telefon. Zwei-Faktor- Authentifizierung machen wir, auf der anderen Seite können wir authentifizieren gegen die eigene Datenbank, aber auch LDAP, AD, Mail, Schibolet, Sammel, was auch immer, wir integrieren uns praktisch überall. Wichtig ist, wir bieten E-Groupware als SaaS-Lösung im Rechenzentrum an und man kann das On-Premises machen, bei sich, im Betrieb, zu Hause oder eben bei dem Hoster seines Vertrauens und man kann eben auch wechseln. Wir haben öfter Leute, die sagen, ich will hier keinen Server mehr stehen haben, das schaffen wir jetzt ab, dann kommen die mit ihrer E-Groupware bei uns zum Beispiel ins Hosting. Da sind auch schon wieder welche weggezogen, die sagen, wir wollen den Server bei uns haben, wir haben mittlerweile da so sensible Daten, das wollen wir bei uns haben, geht in beide Richtungen und wie gesagt, wir leisten auch Support gegen Budget für CE-Versionen, das heißt also für die ganz freie Version, da muss sich keiner alleingelassen fühlen. Wichtig insgesamt ist, wir verknüpfen viele Informationen im Gesamtsystem, ich denke, das ist jetzt so recht deutlich geworden, wir bauen da keine Inseln, sondern fügen Informationen zusammen und können so auch Transparenz schaffen, auch für andere Benutzer des Systems, da was wiederzufinden. Das Infolog selber als Allzweck Werkzeug kann ich aufbohren bis zum Gehtnichtmehr, eigene Felder eben dann erstellen, wir können Dokumente füllen, weiterverarbeiten als PDF versenden oder was auch immer, ich kann Mail-Konten für Gruppen anlegen, also im einfachsten Fall in der Organisation lege ich genau ein Mail-Konto an, der Rest wird dann immer pro Benutzer aus dem Adressbuch, aus dem Benutzer Adressbuch gefüllt, sowohl die Signatur als auch die Anmeldedaten am Server. Favoriten, wir können diese ganzen Filter und so weiter in Favoriten abspeichern und das auch durchaus für eine Gruppe. Ich kann also zum Beispiel habe ich an einer Stelle Azubis, die müssen auf bestimmte Dinge zugreifen und da habe ich für die Favoriten angelegt, für die Gruppe Azubi. Das heißt, jeder Azubi hat diesen Favoriten drin, das muss sich niemals selber machen dann. Kategorien können wir weitreichend global, pro Modul, pro User anlegen, mit Farben versehen, Berechtigungen versehen und so weiter. So kann man das Ganze ein bisschen bunt machen, um bestimmte Sachen besser zu erfassen, zu filtern und so weiter. Ich mache viel mit Berechtigungen auf Anwendungsebene, auf Felder, auf Daten, Dateien, auf dann auf Gruppen oder eben auf Benutzer. ich kann das also so reglementieren, dass jeder wirklich nur das sieht, was er sehen darf. Sharing machen wir wie gesagt mit Dateien und Kontakten. Wenn wir etwas suchen in E-Group wäre, dann ist das im Regelfall eine Volltext Suche. Das heißt, im Adressbuch zum Beispiel habe ich eine Volltext Suche. Ich suche in jedem Feld nach bestimmten Text Strings. Jedes Objekt, was angelegt wird, ob das jetzt ein Kontakt ist oder ein Termin oder sonst was, bekommt auch ein Dateiverzeichnis. Da liegen dann immer die Dokumente drin oder Dateien oder Bilder oder was auch immer, die ich da dran hänge. Das läuft automatisch im Hintergrund, da muss ich mich nicht drum kümmern. So kann ich auch die Sachen direkt scheren, weil das einfach alles da ist. Zwei Sachen ganz kurz noch ein bisschen definitiv benutzerdefinierte Felder in allen Anwendungen außer Mail, weil wir die Mails nicht in der Datenbank speichern. Ich kann ganz viele Feldtypen anlegen, so Checkboxen, Datum, Text, HTML, E-Mail, Passwortfelder mit Passwortgenerierung und so weiter. Ich kann Pflichtfelder definieren. Ich kann Berechtigungen versehen, zum Beispiel dass bestimmte Felder im Adressbuch nur von bestimmten Gruppen gesehen werden, zum Beispiel. Ich kann Auswahlfelder anlegen, wo ich dann schon bestimmte Auswahlen vordefiniere, damit jemand auch diese Auswahl trifft und genau diesen Text und nicht irgendeinen Fantasietext da reinschreibt. Die Felder selber kommen in den einzelnen Modulen jeweils auf einen separaten Tab. Ich kann das Ganze in die Masken auch einbauen. Ich kann mir eigene Tabs, eigene Masken und so weiter bauen. Das Ganze wird aber erst update sicher mit einer EPL-Version. Das machen wir sehr viel für Kunden. Wir bauen denen ihre Felder ein, die sie brauchen und wir bauen denen ihre Masken ein, wie sie die haben wollen in der Reihenfolge, wie sie die haben wollen in der Anordnung, wie sie die haben wollen und so weiter. Kleiner Screenshot nochmal. Wir können hier im Infolock zum Beispiel eigene Infolock Typen anlegen mit eigenen Feldern und so weiter. Ganz ehrlich, da muss man ja nicht auf die Datenbank oder sonst was. Das macht ihr hier in dem User Interface. Das ist auch wirklich einfach. Verknüpfung von Informationen habe ich mehrmals angesprochen, ob das ein Kontakt, ein Termin oder sonst was ist. Der hat einen Kartenreiter, auf den man Verknüpfungen anlegen kann. Erstmal zu anderen Kontakten zum Beispiel, Projekten, Infolock, einfach andere Objekte und ich kann Dateien eben da dranhängen, entweder per Drag & Drop gerade auf das Fenster ziehen, was bei Mail auch geht, per Drag & Drop eben Dateien reinschmeißen oder eben mit einem öffnen Dialog, wähle ich eine Datei oder Dateien aus und die landen dann im Verzeichnis und sind dann eben auch per Dateimanager oder WebDaf erreichbar. Das sehe ich hier, wir haben unten einen Kartenreiter innerhalb eines Adressbucheintrags Verknüpfungen und da habe ich hier zum Beispiel in dem Fall noch einen weiteren Kontakt verknüpft, Infolock Eintrag und eben auch zum Beispiel ein Textdokument. Kurz zur nächsten Version, die zwei, drei Minuten haben wir noch. Wir wollten ursprünglich noch diesen Herbst oder eigentlich jetzt aktuell eine Version veröffentlichen, sind aber mit einigen Dingen nicht so vorwärts gekommen, wie wir das gerne wollten und haben einige Dinge gesagt, machen wir lieber dann deutlich konsequenter. Es wird also erst Anfang nächsten Jahres eine neue Version geben. Es wird auch diesmal nicht so viel für den Benutzer sich ändern an Funktionalität. Wir haben einfach in den letzten zwölf Monaten an Dingen gearbeitet, eher so unter der Haube. Also mal abgesehen davon, dass wir auf PHP 8.1 umstellen mit der Version, was wir allerdings auch für die aktuelle Version dieser Tage anbieten werden auf PHP 8.1 umzustellen, einfach weil PHP 7.4 aus der Wartung herausfällt. Es macht E-Groupware gefühlt schon einiges schneller. Also ich bin da relativ begeistert von. So wie wir das verwenden das PHP und mit der 8.1 also das geht alles schon ein bisschen flüssiger. Merke ich deutlich. Dann haben wir in der Oberfläche eine Umstellung gemacht von der Technologie wir verwenden jetzt Framework Shovelace heißt das. Die Oberfläche wird anders aussehen. Wir können die Felder und so weiter ordentlicher anordnen und auch leichter anordnen. Wir werden also in Zukunft ein ordentlicheres Interface haben, ein ansehnlicheres und vor allen Dingen auch können schneller weiterentwickeln. In der Oberfläche werden wir auch eine Konfiguration haben für die Schriftgröße. Wir haben bisher eine relativ kleine Schrift, für manchen einen zu kleinen, gerade auf hoch lauflösenden Monitoren, aber man glaubt gar nicht, was das heißt, für systemweit eine größere Schriftart einstellbar machen, das ist ja noch einfach, die einstellbare Möglichkeit, aber was da passiert in so einer Oberfläche, wenn plötzlich größere Schriften da sind, das glaubt man gar nicht. Da arbeiten wir also hart dran, dass das an jeder Ecke auch wunderbar funktioniert. Ich arbeite mittlerweile mit einer vergrößerten Schrift, bin ich sehr froh drum, das entspannt einfach am Bildschirm. Icons überarbeiten wir nochmal deutlich, da auch herzlichen Dank nochmal an die Maren, die uns da unterstützt, das mache ich mit ihr zusammen, da werden ein paar Sachen schöner. Dann ein paar kleinere Sachen, also den Push haben wir erweitert für den Dateimanager und Admin Bereich, diese Zeiterfassung habe ich gesagt, wird aufgebohrt, das wird so im nächsten Umfang sein, veröffentlichen. Anhängend hier an den Folien sind noch einige Informationen über Vorträge etc., die lasse ich aber jetzt in den Folien. Wir sind auch mit der Zeit am Ende. Ich lade jeden ein, der eine Frage hat oder einfach mal ein bisschen was sehen will von eGoopWare Live, kommt jetzt gleich in den Jizi-Raum, treffen wir uns da und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich hatte vorhin den Link schon dargestellt, also jizi.tux-tage.de schrägstrich Fragen minus 23. Ja, da freue ich mich einfach gleich auf gute Fachgespräche und gute Fragen, die ich gerne beantworte. Ansonsten wünsche ich euch noch mit dem Programm von den Tux-Tagen viel Spaß und lasst euch nichts entgehen. Bis dann. Tschüss.